Bambus oder ein Stock. So, da haben wir nochmal zwei Upgrades. Das ist cool. Das ist cool. Guck mal, zwei Upgrades. Wir fressen mal hier den Apfel, dann haben wir den auch weg. Dann hauen wir da einfach nochmal auf den Kisten da. Und wir haben noch so viel Stein, ne? Achso. Wir haben draußen noch so viel Stein. Und hier haben wir auch noch Stein, Sand. Machen wir vielleicht auch noch alles. Weiß ich noch nicht. Ansonsten holen wir da irgendwo... Oh! Holen wir da nachher noch eins raus. Ist ja kein Thema. Ganz toll. Haben wir da jetzt drin oder haben wir da jetzt keins drin? Alter! Mann! Ja! Jetzt hörst du auf. Jetzt ist Schluss. So. So. Hä? Wir gehen da nicht. Doch, jetzt geht's. Oder? Oder gehen die nicht? Das nicht? Doch. Hat doch zwei Upgrades. Warum wird der nicht voller? Hä? 512 Erde. Habe ich noch irgendwo Erde? Jetzt doch. Nee. Geht das doch nicht? Kann man die dann... Man könnte die so hochstacken ohne Ende. Das ist natürlich doof, ne? Das ist natürlich doof. Ein bisschen. Ich dachte, die könnte man irgendwie so hochstacken dann. So, wir haben Dunkel. Gehen wir eine Runde knapp... Oh! Du kannst nicht schlafen jetzt. Schlafen... Da sind Monster in der Nähe. Ja, wo denn? Ach, oben auf dem Dach wieder, ne? Ich traue mich nicht so ganz weit raus. So, Tür zu. Du kannst nur nachts schlafen. Nein, das ist so nicht wahr, ey. Was geht denn jetzt? Das gibt es so nicht. So. Ich bin nur aufgeräumt hier, mein ganzer... Vorratsschrank und so weiter. Das ist ja echt unaufgeräumt. Ich muss mich ja schämen. So, Papier können wir auch hier mit einfach reintun. Hier haben wir auch noch eine Werkbank. Boah. Zeit, Peter. Weiß ich auch noch nicht, was wir damit machen sollen. Schneebel haben wir auch noch hier. Bogen. Dann haben wir mal weiße Wolle. Wo habe ich denn Schwarz... Habe ich da gerade Schwarzpulver? No, habe ich doch. Hier haben wir noch Schwarzpulver drin. Kreide. Können wir eigentlich auch nachher nach unten mal reinschmeißen. Komm, nehmen wir ja noch mit. So, und dann sind wir auch schon wieder voll. So, Mist. Eigentlich machen wir gar nichts außer einsortieren und quatschen. Ich quatsche zu viel. Tut mir leid. Es tut mir leid. Komm mal hier. Was ist das? Bist du Kreide? Nee, du bist Sand. Bist du Kreide? Du bist Mabel. Komm mal. Schnurf. Ton. Grauwacke. Kies. Eine Granulie. Granit. Dorit. Sand. Pflasterstein. Komm mal. Kreide da jetzt. Basalpflasterstein. Oh. Öp. So ein schwarzer, ne? Du konntest doch nicht schwarz sagen. Warum? Es ist doch dunkel. Habe ich da? Achso, der ist gullig. Anthrazit. Andrasit. Du, 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 du. Muss das sein, ne? Ja, genau. Oh, Violin. Oh, Kies. Äh, Violin. Da, aber. Äh, hellgraue Wolle haben wir gar nicht mehr. Schalen. Schalenstein. Haben wir weiße Wolle, hellgraue Wolle. Okay. Haben wir Schalenstein hier irgendwo? Schalenstein, da. Cool. So. Wolle. Wolle. Ich finde hier eh nachher nichts mehr wieder. Das schwöre ich jetzt schon. Ich finde hier nachher nichts mehr. Aber auch gar nichts mehr wieder. Das wird nachher mein Hauptproblem sein, glaube ich. Du, 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 du. Da, 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 da. Da. Hallo? Hallo? Ne, alle weg. Alles gut. Puh. Dacht schon. Ich dachte schon. Ich dachte schon, jetzt geht's uns an den Kragen. Mann, Mann, Mann. Du, 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 du. War das jetzt? Ne, da ist das gebacken, ne? ak. so guck mal was wir alles hier haben alter verwalter mann 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 wir müssen wir müssen auf jeden fall gleich noch mal ein paar tiere füttern wir müssen noch mehr leder zusammentragen ganz ehrlich gesagt müssen echt mehr leder zusammentragen müssen wir jetzt machen müssen leider leider für töten dafür müssen wir leider kühe töten es geht nicht anders wir müssten kühe töten die kühe alle hier ausgelöscht sind die alle weg hallo kühe ja honey und nanny macht mal liebe vor allen dingen geht weg hier so mal jeder eigentlich da habe ich nur zwei leder zu sorgen das gibt mehr um das salz salz brauchen mal wo nicht direkt man das glaube ich direkt mal da hause das klopft sich drecks mal da aus der wand und kohle auch ganz viel kohle brauchen wir ja auch so ungrundmäßig viel von ich versuche das auch ein bisschen natürlicher hier aussehen zu lassen ich glaube es ist die ja auch noch mal weg ich bin mir jetzt nicht alles in minden nur da wo das salz jetzt so offensichtlich war ja dann müssten wir auch noch mal runter wir müssten noch ein bisschen mehr zeus holen geht hin und mehren euch nicht weg bei mir und der scheiß tut mir leid wir geben auch gar keine wir geben aber nichts mehr her blöden viecher wir geben dir hier nichts mehr komm mit komm mit folge mir kommt jetzt auch das ist schön geben die denn gar kein leder mehr leder seid ihr für leder verschlagen oder was toll schon nichts gebracht oder doch ein paar leder gebracht ja ich tue ja nicht jedem tier was nur die die ich jetzt gerade aktuell brauche und das ist nun mal leder ich kann da nix für es ist leder wir brauchen leder es tut mir ja leid aber wir brauchen unbedingt rucksäcke äh toll super äh kann ich dir auch noch helfen da komm doch raus komm doch raus Alter was denn noch komm doch weg da na komm raus na komm raus na komm oh toll nachwuchs ist gestorben egal voller leder da kann ich keine rücksicht nehmen salz das ist gut das muss so hier das ist so äh original hat du kannst gar nicht doch oder du kannst sagen äh leder will aber wenig Nein. 5. Wir brauchen noch viel mehr Leder. Ich kann nicht, ob ich irgendwo mal eingebunkert hab, das Leder. Boah. Hopp, 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 hopp. Tut mir leid. Ich brauch dein Leder. Du, 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 du. Ich würd die Kühe noch lieber viel weiter züchten, aber es geht aktuell leider nicht. So, ich glaub, jetzt haben die sich aber alle soweit, oder? Ich will noch einen erweitern, irgendwie. Du noch. Dann lass ich's aber. Ich töte jetzt aber keine mehr. Dafür. Die sollen sich erst mal, erst mal, äh, noch mehr erweitern oder upgraden, was auch immer. So. Ach komm. So. So. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Vielleicht hab ich ja irgendwo noch Leder liegen. Man weiß es ja nicht. Äh. In welche Richtung müsste ich ihn jetzt nochmal? Shit. Ich hab mich verlaufen, oder? Das passiert mir so oft. Au. Mist. Falsche, äh. Falsche Taste erwischt. Tut mir echt leid. Falsche Taste erwischt. Und dann direkt damit verlau... äh. Dabei verlaufen. Das ist, äh. Das ist gut, ne? Kann auch nur mir passieren. Das ist gut. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. jetzt der kollege weg aber wo muss ich jetzt lang so nicht dabei schon mal toll ich muss mal eben in unseren atlas gucken hilft alles nichts weiter ich muss mal eben in unserem atlas gucken sind wir denn da sind wir doch an den creeper vorbei oder was ich hoffe der merkt uns nicht der merkt uns hoffentlich nicht toll sondern haben natürlich so viel energie gerade verballert das ganze rennen und dann aber falsch rennen und dann durcheinander 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 ist jetzt mal auf zu schießen auch nicht durcheinander kommen durch die taste die falschen tasten haben zwei creeper und wir könnten rennen es war einfach komplett durcheinander jetzt erst mal noch nicht knacken junge 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 das ist ja echt ein wunder hier doch erst mal kartoffeln in die hirse kloppen hier lecker sweet potato oder kann man auch noch ein bisschen was futtern wie gesagt nicht ganz so viel aber da kann man ein bisschen hamburger gewöhnt hier sparen wollen wir gar nicht raus augenblick ich weiß auch nicht warum haben wir jetzt eigentlich hier ja grauwacke und so das haben wir ja auch noch eingesammelt ne und salz ja auch ne grauwacke wie ist der braucht man unbedingt ich baue dir ein haus aus grauwacke ein haus aus grauwacke anthrazit oder andrasit pflaster stein hat allerdings mit dem andrasit zu tun ne ich muss so dringend eigentlich mal gleich aufs aufs örtchen marmor pflaster stein da ist andrasit ne das ist nicht hä ah da war so komisch jetzt gerade aus sooo salz haben wir auch noch salz haben wir auch noch wir waren noch gerade oben mist ich trottel ich bin so hohl mit meinem blumenkohl äh hallo äh hallo so läuft ah salz 291 gut Toast könnte jetzt ein bisschen mehr sein aber kommt noch oder mal noch 3 Toast 14 Cheese 5 kommt aber nach und nach sei jetzt einfach mal nach und nach kommt das auch noch da brauche ja alles Zeit brauche alles Zeit Zeit die wir nicht haben ich sag ist nichts mehr da und da kommt er du dreck sauf Abwehr hier die Abwehr hier stärken Abwehrkräfte so machen wir mal ein bisschen fettig hier zack und dann können wir noch mal ein bisschen einpflanzen hier auf dem größeren Feld damit wir immer leckere Burger haben immer leckere Burger hab ich noch ich hab da noch zwei Knochen guck mal da können wir noch sechs Knochenmehl raus machen und dann machen wir folgendes tschuk 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 oh okay naja gut fast so haben wir sieben rausgekriegt zack sieben Sämchen sind das zack 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 und dann haben wir die zwar los aber ne achso guck mal hier können wir eigentlich auch wieder nochmal eine Runde tschuk 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 kann man nämlich hier einen Weg wieder hin machen und das alles schön beleuchten damit hier die Pflänzken auch ordentlich wachsen oh unsere Blümchen auch wachsen und gedeihen fängt es glatt an zu schneien Nein, nicht wirklich immer. Passt ja. So. Hier können wir mit reinschmeißen. Gut, Fleisch jetzt vielleicht nicht unbedingt. Fleisch würde ich jetzt nicht unbedingt... Da haben wir noch irgendwo... Da, Kies. Wollte mal sagen. Irgendwo müssen wir ja noch Kies haben. Hm. Ach, shit. Können wir doch einfacher haben. Ich glaube, ich habe den Dreh, glaube ich, noch nicht so raus. In welchem Takt die zu setzen sind. Ah, das ging jetzt aber. Das fand ich ging jetzt aber. So. Eins, eins. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hallo. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. So. Dann hat der gar nicht mehr... Habe ich den Dreierabstand nicht beigelassen? Beigehalten? So. Ach so, nur bis hier. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei. Drei. Sonst sieht das ja doof aus. Das sieht doch dann sonst doof aus. Drei. Oh, ne, Moment. Das ist auch falsch. Drei. Drei. So, eins, zwei, drei. Ja, damit stimmt das nicht auch wieder. Eins, zwei, drei. Äh. Da solltest du hin. So. Und dann haben wir hier nämlich wieder eins, zwei, ja, drei. Ne? Dann passt das auch wieder. Dann passt das doch auch so wieder, finde ich, Freunde. So, zack. Ja, verhungern werden wir auf jeden Fall nicht. Ach, guck mal, hier, Sojabohnen. Da haben wir auch noch ein bisschen an Sojabohnen. Das Schöne ist, wenn wir die jetzt nämlich direkt wieder einpflanzen, die Samen, dann haben wir einfach später viel mehr. Ne? Wir haben einfach später viel, viel mehr, äh, Sojabohnen, die wir dann eben zu den Hamburgern da verarbeiten könnten. So. Gut. Wir sind noch bei null Prozent. Gut, dauert auch immer ein bisschen, ne? Aber ich finde, läuft schon gut. So. Zur Not essen wir dann eben, ne? Hier sowas. So, äh, zack. Zack, zack. Knack und zack. Kenn man. Huh. Ach, Quatsch. Mach ich denn dafür einen Quatsch? Was mach ich denn dafür einen Quatsch, Mensch? Ähm, so. Äh, 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 äh. so machen wir schön im wechsel hier hoch machen da hallo das war noch ein paar über wenn wir mal hier wieder füttern gehen wie viel haben wir denn da noch drin ach so hier weizen 17 ja ist jetzt auch nicht so wenig würde ich sagen so tomaten aber auch ein paar weiß gar nicht wofür wir die tomaten haben wächst am besten in the forest plains aha 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 ach guck mal da haben wir sogar noch ein bisschen brot so tongs haben wir 14 brot 15 läuft läuft gut ich finde es toll ich bin begeistert ja wie gesagt wenn euch das interessiert hier mit zu bestimmen ein wenig wie in welchen shader wir benutzen und so weiter ja guckt euch die folgen gut an wie gesagt wir werden den shader mal hin und wieder wieder ändern und ich werde dann meinen favoriten auch natürlich absegnen und bestimmen und ihr könnt natürlich euren bestimmen und absegnen und davon segnen ich weiß nicht so quatsch hier wollte ich rein so da kommt auch noch mal kohle rein zack dann haben wir nämlich so haben wir hier irgendwo noch leder hat man hier nicht irgendwo leder 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 doch da guck mal dann können wir können wir uns eigentlich noch mal rucksack kraften kraften sogar farbig ob was jetzt brauchen oder nicht keine ahnung vielen dank fürs dabei sein freunde ich jetzt mach mal feierabend und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn ihr denn wollt euer johnny do vielen dank fürs dabei sein ciao